Du glaubst, dass du diese gigantischen Müllberge alleine nicht verhindern kannst? Du bist es leid, dass immer nur gequatscht wird, aber nicht angepackt wird? Du bist dir aber auch erst recht nicht so schade, mal richtig anzupacken und du willst das bewegen in der Welt? Dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Ich bin JB von meinem YouTube-Kanal JBTV und mein Name ist Max vom Kanal Max Green. Und wir beide wollen gemeinsam mit dir mal richtig was bewegen. Und außerdem weißt du doch selbst gut genug, dass gemeinsam einfach mehr geht. Überall liegt Müll. Zum Beispiel auf den Spielplätzen, auf denen unsere Kinder spielen. In den Wäldern, in denen wir Ruhe und Erholung suchen. Oder aber auf den Straßen, auf denen wir täglich zur Arbeit fahren. Oder in den Seen und Meeren weltweit, an denen wir eigentlich unseren Urlaub genießen wollen. Natürlich ist uns bewusst, dass wir von heute auf morgen die gigantischen Müllberge auf diesem Planeten nicht einfach verschwinden lassen können. Aber wenn man die Chance hat, ein gemeinsames Zeichen zu setzen, wann, wenn nicht jetzt? Bei der wir alle mit geballter Power deutlich machen, dass es so auf jeden Fall nicht weitergeht. Am 5. Juni ist Weltumwelttag. Jedes Jahr werden an diesem Tag weltweit Aktionen zum Schutze der Umwelt ausgerufen. Und dieses Jahr werden wir gemeinsam rausgehen und die Natur von Müll befreien. Wenn du YouTuber bist, mach selber ein Video. Fordere deine Zuschauer auf, auch mitzumachen. Für mehr Bewusstsein und am Ende auch weniger Müll um uns herum. Und es geht nicht nur darum, die Natur zu säubern, sondern auch für dieses Thema Aufmerksamkeit zu erregen. Deswegen werden wir Fotos und Videos machen. Nimm dein Handy mit, nimm deine Kamera mit, mach Fotos, mach Videos von deiner Aktion. Poste sie bei YouTube, poste sie bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter und benutze immer den Hashtag NatureCleanup. Checke auch die Facebook-Seite NatureCleanup, um dich auf dem Laufenden zu halten. Kennst du das Gefühl, wenn du etwas tust, bei dem du richtig Gänsehaut bekommst? Teile dieses Video und erzähle es weiter. Lasst uns gemeinsam eine richtig große Aktion starten. Jeder von uns ist ein Dominostein im Spiel des Lebens. Mach also mit und sorge für richtig Bewegung. Gandhi sagte einmal, du musst die Veränderung leben, die du in der Welt sehen willst. Hilf mit, damit sich diese Aktion, Kettenreaktion, über die sozialen Medien verbreiten kann. Infos dazu findest du unten im Video, in der Videobeschreibung und auf der Webseite naturecleanup.info. Mach mit am 5. Juni beim NatureCleanup Day 2016. Gemeinsam geht einfach mehr. Mach mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017.